Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trainmakers. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin neu, ich sage, wir legen auch gleich los. Heute wieder mit unserem Bargeo unterwegs. Und zwar habe ich mir hier das nächste Ziel ausgesucht, nämlich das hier. Ich hoffe, dass das was werden kann. Schauen wir mal. Ganz optimal ist dieses Fahrzeug nicht. Aber wenn wir hier aus dem Schlamm sind, dann geht das schon. Oh, vorbeigeschossen. Schnell zurück, 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 zurück. Weiter geht's. Ich soll nicht weiter nach oben fahren. Oh, ho, ho. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho. Jaaaah! Nice! Das war zu leicht. Cockpit? Okay, bin hier mal gespannt. So, wir haben aber noch so ein Ding. Nämlich da hinten. Wo würden es sein? Das hier nicht? Wahrscheinlich müssen wir hier dann so hinterfahren. Das macht Spaß! Das ist geil! So, da hinten, da. Wegvögelchen! So, schauen wir mal. Operatorsitz. Wo müssen wir hochfahren? Da wahrscheinlich nicht. Uh. Da hinten hin. Gas, 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 Gas. Wahrscheinlich hier hoch. Was? Ne, der ist nur auf der anderen Seite. Hätte ich mir gedacht, wie soll ich jetzt da hochkommen? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Jawohl. Da hinten hin? Okay. Ist ein bisschen schlammig da, aber mit Frustern machbar. Jetzt, dahinter, Reparatur, haben wir keine Zeit. Käuschen, 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 Käuschen. Ich hätte Flugzeug nehmen sollen. Das schaffen wir nicht mehr. Oder? Doch, das geht noch. Schneller. Na, das geht nicht mehr. Warum, 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 ah, ah. Nein, nicht, bäh. Nein, nicht aussteigen. Oh. Was brauchen wir denn da? Wir brauchen dann... Ja, wir müssen fliegen, um transformatieren zu können. So geht's nicht. Hm. Hm. Oder wir versuchen es gleich mit dem Flugzeug. Aber das ist schon heftig mit dem Flugzeug, gell? Aber wir haben am Ende da diese ein... Hoppla. Wir haben eine Stelle, wo wir springen. Da könnten wir switchen. Versuchen wir das mal. Wenn wir da jetzt hochfahren, dann kann man... mal switchen. Nein! Ja, genau. Was ist... Das ist doch jetzt scheiße. Ohne Scheiß. Das ist jetzt doch kacke. Ohne kacke. Okay, erstens haben wir es eh nicht erwischt. Zweitens... Warum ist da nur noch ein Sitz übrig? Ich... Mann! Können wir hier die auch mal löschen. Das heben wir auf, das... kann weg. Die zwei heben wir auf, die heben wir auf. Damit! Hm. Der ist eigentlich auch ziemlich schnell, aber sehr schwer kontrollierbar. Und ob er da so einen Hügel hochkommt, ist auch nochmal eine Frage. Aber das Schlimme ist, mit dem Flugzeug kommen wir auch nicht so gut durch, weil wenn wir drüberfliegen, zählt es wohl nicht. Das ist ja kacke. Das ist ja kack. Aber vielleicht können wir am Ende zu dem hier switchen. Also, Shift-Mama 1 da. Machen wir den hier. Machen wir den jetzt zu 3. Und, äh... Den zu 4. Ja, genau. Passt. Jetzt müssen wir nur noch ein Fahrzeug spawnen. Also, wir können es mal damit versuchen, aber... Er ist halt... Wir haben halt mit dem... Das Problem mit der Kontrolle, ne? Wir probieren es einfach mal. Langsam ist er ja nicht. Nur die Kontrolle, das ist... Das Risiko. Scheiße. Schon vorbeigeschossen. Das könnte gehen. Er ist schnell, ne? Mit dem kann man nämlich ein bisschen übers Wasser hovern. Das geht schon. Boah, voll erwischt. Speed, 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 speed. Was ist denn der letzte? Ja. Go, 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 go. Bam! Jawoll! Haha! Ein Like. Super geil. Das war doch jetzt super geil. Ohne Scheiß. Oh, das Teil liebe ich immer noch. Das ist so einfach und es ist einfach so cool geworden. Geil. Das hat jetzt toll geklappt. Schön. So, ja, die Dinger haben wir ja eigentlich schon alle. Wollen wir da hinten? Den haben wir aber nicht. Wollen wir da mal hinfliegen? Da fliegen wir jetzt mal hin. Oder mit dem hier. Da kommen wir ja auch... Oh. Wollen wir mal Backspace? Schauen wir mal. Von hier aus können wir da rüber hovern. So ein bisschen Anlauf nehmen. Oh, oh. Kriegt er Speed? Ja, er kriegt Speed drauf. Oh, guck mal. Stimmt ja, es gibt ja... Können wir dann auch mal ein U-Boot bauen. Man kann ja auch unter dem Wasser viel entdecken. Inzwischen. Oh, 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 oh. Schaffst du es? Oh, das war knapp. Der wurde immer langsamer. Das war jetzt nicht ohne. So. Der erste haben wir noch nicht. Wir müssen mal eine Brücke bauen. Das könnte man ja eigentlich wirklich einfach mit den großen Blöcken hier tun. So. Das war jetzt. Und... Also. So. Also. sehr schön so, jetzt sehen wir den Hover wird nicht ganz so einfach, denke ich den Ball mit dem Hover da drüber zu bewegen oder können wir vielleicht doch ein ich bin ganz da gehen wir mal runter ich kann doch nur das Auto wechseln nehmen wir den hier mal haben wir auch Licht, ist immer auch gut scheiße wir müssen mal mit Schwung schubsen nicht genug Blas zum Resetten ja come on blöd nein jetzt hat, oh, ganz sehr dank nein, ich hab Backspace gedrückt ich voll home okay wir haben ja auch das Ding ganz vergessen ja, genau wir wischen natürlich genau das Teil hier das ist doch unglaublich so das lenkt halt leider erst im Wasser vernünftig und dann teilweise so gut, so gut, dass man umfallen kann so weg damit vielleicht brauchen wir mal eine leichte Rampe, wenn wir das hier bauen dann aber so der Grundgedanke war nicht verkehrt, gell so dann haben wir mal hier wirklich eine Schräge hin die ganz große hier die da langer Keil langer Keil genau so, wir könnten sogar einen Rand machen dass der Ball nicht runterfällt so oh, da muss ich kurz drangehen auf den Anruf warte ich schon den ganzen Tag deswegen sorry bis gleich so, da bin ich auch wieder ja, war wichtig auf jeden Fall notwendig hat keinen Weg dran vorbeigeführt normalerweise ist mein Telefon immer leise gestellt aber der Anruf war mega, mega, mega wichtig ja, geht ums Auto so äh, genau so, jetzt haben wir hier unsere schöne Brücke schade, dass sie nicht gerade ist aber das macht jetzt nichts so, dann spawnen wir unser Autoschen und dann sollte das ja jetzt eigentlich ganz gut funktionieren schauen wir mal oh, nicht mit so viel Wucht haha, bisschen Gefühl genau, also fällt nicht runter oh, das findet er nicht so cool, dass wir da drauf rumrollen so aber geschafft Hilfe haha haha kann ja einfach aussteigen so ein Auspuff sehr schön, okay so was machen wir jetzt noch? haben wir noch was? ich will jetzt nochmal eigentlich alles gemacht auf dieser Map wir können ja hier in der Bauliste nachschauen hier haben wir alles hier haben wir alles Antrieb da war eh nix Waffe, da war auch nix das ist ja eigentlich das hier kleine Kanone große Kanone können wir uns mal was anschauen nochmal alle Sitze hier haben wir alle Blöcke alle Reifen schauen wir mal hier hier kann beim Erforschen des Samt-Card-Manus gefunden werden also hier sind scheinbar noch drei Sachen auf jeden Fall hier sind noch ein paar Sachen oh, da sind aber echt noch viele Sachen müssen wir mal gucken was will ich noch finden was ist denn das hier? in den Todesquellen ah, in einer Kessel der Todesquellen ah, auf den Magmaberg ah, da gibt es also nochmal Unterschiede hier Sandkasten, Schluchten das ist das Entdecken Wettkämpfen ok, also im Sandkasten findet man gar nicht mal so viel hier das hier noch das war's Obstgarten Obstgarten das können wir noch finden Flaggen ne auch nix mehr hier ist noch komplett gesperrt da kann man noch was finden im Sandkasten und das war's schon oh, wird freicht halt wenn du die Schallmauer durchbrichst das ist ja geil also sprich wenn wir 1000 kmh fliegen das muss man echt mal ausprobieren kommen wir da jetzt mal raus ja, gut so, ja nichtsdestotrotz Ende für heute liebe Leute vielen Dank fürs Zuschauen ich hab's euch gefallen wenn du so voll like dann lassen wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüssi